Achtung, vor allem steht im Chat, ja, 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 genau, ne, Frieden, bla bla, Ghostblöcke und so, ne, und mir so, nein, oh, niemals. Ja! Hi und willkommen zurück zu MindSky, wieder mit dem netten Taiko. Ja! So, es geht weiter. Der Skancy und der Maypex sind drauf, wir haben unser Friedensangebot gemacht, unser Friedensangebot. Ja! Ja, und, oh, wir sind freundlich, wir sind wirklich freundlich, oh, es ist Nacht, lass erst mal schlafen gehen, dafür muss ich kurz auf den Marktplatz, weil Monster in der Nähe sind. Das übliche bei dir, wie immer. Ja. Schlafen? Fragezeichen. Komm, schauen. What the fuck? Was hast du? In mein Dings-Wand-Skelett. Ähm, in meinem Geheimgang. Hinteren, gut. Ja, ich kann grad nicht schlafen, das ist Problem. Komm, schauen. Oh, wisst ihr was? Ich nehm wieder mein Bett und schlaf auf dem Marktplatz. Ich nehm wieder mein Bett. Weil da steht Maypex da und haut dich um. Nö. Bin auch dran. Monster near B. Dann dann auf dem Marktplatz. Mach ich auch. Ja, naja. Naja. Warte, ich stell mal mein Bett andersrum. Dann seh ich eventuell, wenn er kommt. Ach ja. Warte, welche Farbe hat Maypex? Braun, ne? Ne. Hä? Äh, das ist ja direkt neben mir. Och, Leute. Ja, okay, ich seh eh, wenn er rauskommt. Ich steh nochmal kurz auf. Das dauert mir hier jetzt ein bisschen zu lange. Ja. Denk ich mir auch, ey. Wann wird das nochmal rein? Das, das, das. Hier ne schöne Fackel hinsetzen. Ja, ich kann daheim pennen. Jetzt geht das auch. Ja, jetzt geht das. Ja, dann leg dich rein. Ja. Dann schlafen wir und dann dürfen alle Monster bitte mal verbrennen. Genau. Wow, ich bin außerhalb gespawnt. Wie außerhalb? Ja, ich bin außerhalb von meinem Haus gespawnt. So, 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 so. Ne, Quatsch, so nicht. Soll ich es schreiben, dass die Kiste ein Geschenk für Maypex ist? Ja, mach mal. Oh, bitte, wenn das klappt. Ah, das wäre so episch. Wenn dann einfach nur noch da steht, Maypex viel aus der Welt. Oh, das wäre so schön. Oder er denkt sich, nö, ich greife sie an. Ja, genau. Gesponsert von mir, gar nicht wahr. Was wäre ein bisschen, ne? Ich essen drin und, ist Essen drin und Werkzeug. Ja. Okay, jetzt werden wir zu aufwendig. Was wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen? Ja, ich habe jetzt Kamouflage, genau. Ich habe jetzt Zäune, das heißt, ich werde meine Ensel einzäunen. Spinnen können über die Zäune rüber, ja, ne? Ja, ja, Monster kann drüber. Ich habe gerade gedacht, hier wäre irgendwas. Ja, komm doch, du scheiß Wies. Dann hatte ich schon ein bisschen Angst. So. Los, komm doch. Okay, du willst nicht. Achtung, vor allem steht im Chat, ja, 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 genau, ne? Frieden, bla bla, Ghostblöcke und so, ne? Und wir so, nein, ooooh. Niemals. Oh, Mann. Ja, es hat funktioniert. Oh, Maypaste, das tut mir leid. Oh, Scheiße, ich muss vom Rand weggehen. Ich weine. Oh, lauter lachen. Es tut mir so leid. Oh, Mann. Oh, schön. So schön. Oh, Mann. Armer Maypacks. Oh, shit, Mann. Oh. Puh. Das war schön. Oh, Mann. Wird sich so mega aufregen. Oh, ja. Oh, ey, zum Glück habe ich keine Facecam drin. Ich habe mich ziemlich weggeschmissen. Ähm, wenn du zu mir rüberkommst, benutzt bitte nur noch die Hauptbrücke, die zuerst da war. Aber die große, okay? Yo, mache ich. Oh, ich will jetzt kurz gucken. Maypacks, Tod 7. Maypacks, what the fuck? Ah, schön. Flo hat geschrieben, what the fuck. Dieser, join your channel. Oh, Mann. Ihr seid. So, ihr seid. So, ihr seid. So, ihr seid so. Ah. Oh, Maypacks. Tut mir echt leid für dich. Aber das ist jetzt. Jetzt, Leute. Nie wieder. Ich glaube euch kein Wort mehr. Nie wieder. Ab jetzt gibt es nur noch Tode. So wird uns immer Waffenruhe. So wird uns auf jeden Fall Waffenstille. Das war's. Das war's. Ihr habt eben offiziell in Skype geschrieben. In Skype. Ja, wir greifen dich nicht an. Wir haben dich nicht angeboten. Frieden. Ja, darunter. Wir haben dich nicht angegriffen. Es stand Friedensangebot. 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 Das war kein Frieden. Das war tot. Das war tot. Das war nicht nett. Das war nicht Frieden. Oh, Maypacks. Oh, es tut mir so leid. Maypacks, du kriegst Zeug von mir. Ähm, wirklich. Nein. In der links. Nein, nein, nein. Ich trau dir nicht mehr. Ich trau dir nicht mehr. Ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Nein, ich krieg gar nichts mehr vor dir. Gar nichts mehr. Nein. Einfach nein. Okay. User left your channel. Oh, shit, man. Das war's wert. Schon ein bisschen. Oh, shit. Oh, alter. Ich kann nicht mehr. Das Projekt macht mich so fertig. Zum Glück habe ich mich entschieden, nur meine Insel zu bauen. Nämlich denken kann ich jetzt echt nicht mehr. Oh, das war schon. Zum Glück war ich nicht gerade zufällig auf einer Brücke oder so. Ich hätte mich weggeschossen und wäre runtergefallen. Statt der Wand. Mir ist ein bisschen schwindlig. Ja, ne? Mhm. Erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Oh, shit. Der Arme, ey. Hoppla. Hoppla. Eigentlich würde ich das Ganze gerne hier noch ein bisschen vergrößern. Was machst du da? Äh, Wasser hat mich weggetrieben. Hat mich fast ins White getrieben. Es wollte mich töten. Äh, nur weil ich Maypex getötet hab. Also gut. Wie krieg ich denn jetzt ein bisschen Erde her? Ich könnte da die Insel ein bisschen abtrauen. Erde? Ich hab ja ne schöne Ersenschaufel von Maypex. Oh, Mann. Erschaffe Huhn. Ach ja, ich wollte die Dinger doch mal spawnen lassen. Kurz muten müssen. Husten und so. Mhm. Muss ich rausschneiden. Bei mir. Oder ich lass es dran. Äh. Ach ja. Ich glaub, Skatzi ist sauer. Ach ja. War schon witzig, oder? Mhm. Also wir haben circa fünf Minuten gelacht. Oh Mann, ey. War witzig, oder? Ja. Also ich hab schon ordentlich abgelacht, ne? Mhm. Ich hab's schon gefeiert. Puh. Ähm. Auch noch Zäune. Ich glaub, haben wir mal ein paar gemacht. Das ist schon ein wenig gemein. Ein wenig. Ja, aber nur ein wenig. Ein wenig. Wir müssen auch mal... Äh... ...ja, uns durchsetzen, ne? Mhm. Haha, am Arsch. Als ob ich das machen würde. Soll ich ihn auf meine Insel locken? Versuch mal. Ja, versuch mal. Das ist ja richtig gut, wer das klappen würde. Aber wenn er sich außenrum bei dir... Ich hör was. Ein Skelett. Ich hab einen Faden... ...besten... Wow, 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 wow. ...kommst du übern... ...Marktplatz. Oh Mann, ich hab keinen Faden für den. Oh Mann, ich hab keinen Faden für den. Ich hab ein Level bekommen. Sehr schön. Wird dort ein Viecher drin, der bestimmt, ne? Ja, ja. Das... ...kann man so sagen. Heute... Also... ...in dem Sinn... ...ja, heute eigentlich schon... ...haben wir geplant, äh... ...ne Falle zu bauen. Und dann haben wir gemeint... ...ja, komm... ...nicht sterben, Malika. Nee, ich werd gar von Zombies angewürfen. Ah, okay. Aber... Ähm... ...und dann hieß es... ...ja, komm, wir... ...ähm... ...trollen hier... ...fluh'n bisschen. Er wird hoffentlich auch noch drauf reinfallen. Mhm. Und... Ähm... ...haben wir gedacht. Er ist bei mir auf der Ensel. Echt jetzt? Er ist in der Falle! Wird das zerdrückt? Ja. Alter. Ich hör' ihn grad Schaden nehmen. Er versucht sich zu befreien. Aber er schafft's nicht. Und... ...Genthi wurde völlig begraben. Hahahaha... ...hahahaha... ...meine Falle funktioniert. Oh, wie geil. Warte, hat das Ganzen nicht null Tote? Jetzt nicht mehr. Hahahaha... Hahahaha... Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, das... Freut. Oh, fuck! Leute! Das ist echt nicht... Das ist die beste Folge ever. oder? Wow, was hatte der? Okay, ich habe seine Level gekriegt. Echt? Ja, sieben Level. Krass, ich bin jetzt bei eineinhalb. Meine Falle funktioniert noch nicht perfekt, das ist ein bisschen schade. Ich habe Kettenhemd mit Schusssicherheit drei und Eisenhelm mit Haltbarkeit. Oh, schlafen gehen, schlafen gehen. Was? Okay. Ich habe sein ganzes Redstone. Alter. 24 Redstone. Wenn du irgendwas übrig hast, dann könnte man meine Falle ja vielleicht auch nochmal ausbauen. Ja klar, kann man machen. Da musst du mir irgendwann helfen. Ich habe in der Mitte von unserer Insel ein bisschen Erde weggenommen, weil ich meine Insel ausbauen möchte. Wir sind schon so ein bisschen gemein, ne? Liegst du schon im Bett? Ja, ich liege im Bett. Oh, ich bin gerade wieder aufgestanden. Oh Gott, das tut so weh. Oh, es tut mir so leid, Scansi, aber es musste einfach mal passieren, bevor die Folgen rauskommen. To 2. Ah, okay. Einfach nicht lustig. Oh man, wir haben es echt. Okay, wir haben es ein bisschen übertrieben. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja, ja. Du warst das nicht. Also, theoretisch habe ich auch noch gar nichts gemacht, weil die Truhe hast du platziert. Kurzer Leck, okay. Hat man kurzer Leck? Also mir leckt es nicht. Ja, ich hatte gerade zwei kurze Standbilder. Mann, wir. Was ist denn los? Ich hoffe, dass das jetzt nicht alles asynchron wird. Es wäre nicht gut. Ja, wäre nicht gut. Ich glaube, ich einfach mal kurz neu auf den Server. Oh Mann, das tut schon so weh. Ähm, was gerade ein bisschen doof ist, merke ich gerade. Was? Was bei mir ein bisschen doof ist, merke ich gerade. Ähm, ich versuche ja hier meine Insel ein bisschen auszubauen nach hinten. Ja. Das mache ich gerade mit einem Block, äh, Erddingern, Boomster-Zeug halt und so. Und, ähm, vielleicht hätte ich unten im Gestein ran machen sollen oder so, weil wenn man jetzt was pflanzt, dann geht natürlich der Block weg und launt das Void. Das heißt, eigentlich war das voll uncool. Ja, schon so ein bisschen. Ähm, ich bin einfach weiter. Ich bin so doof. Ähm, ähm, gerade gedacht, ich habe, äh, meinen Wassereimer bei dir gelassen, aber ich habe ihn. Zum Glück. Ja. Oh Mann, das. Oh ja. Oh je. Wir machen uns Feinde. Mhm, aber richtig. Egal. Nicht noch. Pflastersteine. Ich muss ihn fahren besorgen. Was sagt die Zeit eigentlich? Was sagt die Zeit? Ähm, 15 Minuten, 16 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, das ist gut. Ähm, das Wasser nehme ich auch weg. Ja, doof wie Brot bin ich. Äh, manchmal schon. Aber so kennt man dich, Halleke. Mhm. Ja, ah. Ähm, ich sollte hier Fackeln setzen außenrum, wenn ich hier hantiere. Nicht, dass hier nachts auf einmal Monster spawnen. Mhm. Ich habe gesagt, ich baue nur meine Insel aus. Ich kann nichts dafür, dass die sterben. Stimmt ja auch. Ich, ich habe vergessen, dass ich da eine Falle hatte. Ja, genau. Ja, genau. Würde ich auch sagen, ne? Vergessen, dass du ne Falle hattest. Ey, das wird voll die Rieseninsel bei mir. Ich baue grad nach hinten ein bisschen aus und so. Das ist voll cool. Echt? Mhm. Ich habe jetzt meine komplette Insel, äh, umrandet mit Sachen. Ich mache die Ghostblöcke auch wieder weg bei mir, weil ich vergesse das sowieso, dass ich da Ghostblöcke hingesetzt habe und wenn ich da rüber will, ganz ehrlich, dann will ich da nicht sterben. Ich habe einfach nur bei mir, das ist total doof, das in dieser Folge zu sagen, weil viele Leute das wahrscheinlich angucken werden, wie diesen lustigen Ereignis. Ähm, aber diese Hauptinsel, wo du mal hingebaut hast, weißt du? Von der Mitte, die erhöhte. Äh, der direkte Weg zu mir, der ist, ähm, ne? Und so. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Alles andere, du kommst einfach immer nur den, Hauptweg, den du kennst, halt, zu unserer, von unserer Mitte. Und, ja. Ich hab 30 Redstone dadurch. Oh man. Oh, ich bin grad voll dämlich. Ich merk gerade, ich hab doch garantiert nicht da einen Ghostblock hingesetzt. Alter, ich hätte fast das offen gelassen. Ähm, ich guck mal kurz was, weil ich denke, dass Scansi jetzt nicht zugebaut hat. Scansi, welche Farbe hat ein Scansi? Okay, das wird zu mir. Da bist du. Also du darfst bei mir diesen Erdblock abholen. Scansi zocken. Okay, er hat offen. Ähm, ich werde ihm ne Kiste hinstellen. Das ist nett. Weil, äh, scheiße, es ist gegen die Regeln. Ja. Eigentlich. Fuck. Ähm, verdammt, wie mach ich das? Scheiße, ich hab auch nur noch zwei Minuten. Ähm. Hm? Beim nächsten Mal irgendwie. Ne, 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 das mach ich jetzt noch. Ich geb ihm Weizen ab, ein bisschen. Ähm. Ähm. Ja, komm. Hab ich noch einen Sheld? Ja. Gut, dann guck ich noch mal kurz bei ihm. Okay, nochmal schnell. Schauen. Scansi war hier. Nein, fuck, er hat zugebaut. Nein, ich wollte ihm jetzt ne Kiste hinbauen und ich hab gedacht, da wär offen, aber das ist zu. Ah, okay. Ja, ne, dann geb ich ihm das Zeug wann anders, wenn er wieder on ist, wenn wir ein Event haben oder so. Weil, ähm, ja. Es war schon fies. Es war fies, ja. Gibt's den Altzeug wieder, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was er hatte. Hat sich mit meinem Inventar vermischt. Aber ich denke, ich geb ihm ein bisschen Redstone zurück. Ja, dann würde ich aber sagen, wir haben unsere 20 Minuten gleich voll. Sofort. Ne halbe Minute. Ein Wassereimer da und so und. Ja, du hast noch 30 Sekunden Zeit. Äh, alles aus dem Inventar raus. Wasser ein Steinschwert. Ja, das ist bei mir genauso. Ich hab mich bei mir mal gefragt, ob ich nicht mein Dia-Schwert in der Hand lassen soll. Ah, eher weniger. Aber. Ja, egal. Ähm, ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss. Nee, bei mir nicht. Ja, dann lass dich noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss.